Nur ein Amazon Account berechtigt in gewissen Umständen zum Verkauf von Produkten wie dem allgemeinen Resell. Dennoch ist es immer besser eine Marke anzumelden, wenn man wirklich richtiges geschäftliches Interesse hat. Dazu geht man folgenden Weg. Man geht halt wirklich einfach in den Bereich Marke anmelden. Das ist relativ trivial, egal ob man A plus schreiben will, ob man Wine nutzen will, Werbung, Sponsored Brands anlegen will. Man kommt immer zu diesen Bereichen. Marke anmelden und dann füllt man das hier aus und legt somit ein neues Konto an. In diesem ist wichtig, dass man erst ein Seller Central Konto anlegen muss. Das steht auch extra in den Untergliederungspunkten usw. Aus diesem kommt man dann in diesen Bereich Amazon verwalten, Support, eine Marke registrieren. Da kann man das dann alles ganz in Ruhe durchklicken. Das sieht dann so aus. Wir brauchen die Informationen, dann geistiges Eigentum nachweisen und die Merkmale. Die Informationen zur Marke sind hier in Fragen formuliert. Haben Ihre Produkte und Verpackung einen dauerhaft angebrachten Markennamen und Logo? Ja, haben Sie vor mehr als 10 Marken? Ich habe jetzt mal Nein angegeben. Die registrierende Marke ist Kelm und beachten Sie, bevorzugte Groß- und Kleinschreibung kennt man ja. Deswegen gibt es so zig viele Markenschreibweisen von ganz windigen Resellern auf Amazon, weil die Marken selbst oft nicht aktiv sind. Und da findet man die kuriosesten Schreibansätze. Hauptsache der Name von der Marke ist irgendwie in Teilen drin. Ja, danach geht es zum geistigen Eigentum. Hier hat Amazon ja mittlerweile den Ansatz, dass wirklich Wort- und Bildmarken alles schützbar sind. Geben Sie die Marke für Kelm an. Ich habe dann hier ausgewählt Wort-Bildmarke. Dann nimmt man den Markennamen, Registrierungsnummer, welches Markenamt das war und lädt das passende Bild hoch. Das ist eine super einfache Geschichte. Dabei geht es dann in den Merkmalen darum anzugeben, ob man ERNs hat oder ob man eine Befreiung braucht. Drückt man hier auf Nein, kommt man zu der UPC- oder GTIN-Befreiung. Da machen wir dann noch ein folgendes Video dazu. Und ansonsten muss man einfach nur schreiben, was man ist. Ob man das selber herstellt, ob man lizenziert Ware abgibt, welchen Länder für Produkte und Herstellung und Vertrieb genutzt werden. Demfolgend sind dann Eingaben zu tätigen. Ich habe das hier mal beispielsweise durchgeführt. Und dann wählt man noch eine Kategorie natürlich aus. Das kommt hier weiter unten, wenn man das anklickt, dann kommen da die ganzen Auswahlbereiche. Und dann hat man es auch schon geschafft, indem man Antrag absenden klickt, erklärt man, dass die vom Markeninhaber berechtigt usw. alles so stimmig ist. Das habe ich natürlich dann nicht mehr geklickt. Die Kernvorteile hierbei liegen schlicht im Zugang zu Brand Analytics, dem sehr guten Datentool von Amazon selbst, wo man Keywords und Ähnliches bekommen kann. Die Nutzung des Markenstores wird daran gekoppelt. Nur wer eine Marke hat, darf den auch nutzen. Die Nutzung von Sponsored Brands, Headlines, Search Ads hängt direkt daran. Der Zugang zum Wine, also Amazons eigener Bewertungsplattform, hängt daran. Zudem sind natürlich die Schreibrechte immer eigentlich dem Markeninhaber mit einem höheren Gut zugewiesen. Und man hat Zugang zu weiteren Schutzmaßnahmen dank des Brand Registry Supports, im Besonderen bei Highcheckern, Contentänderungen und anderen Problemen. Ja, und dann habt ihr eure Marke angemeldet. Angemeldet.